Herzlich willkommen zu diesem neuen Video über FileMaker Pro. Das Thema dieser Ausgabe ist eine Benutzerverwaltung, also die Verwaltung von Benutzern ihrer Softwarelösungen, die Sie mit FileMaker Pro programmieren. Mein Name ist Carsten Risseo und ich freue mich Ihnen jetzt hier eine fixfertige Lösung zeigen zu können, die Sie nachher auch kostenlos downloaden können. Hier sehen wir jetzt die Datei bereits aufgemacht. User Accounts 2 oder Benutzerkonten 2 auf Deutsch, das ist ein fixfertiges Modul, ein FileMaker Modul mit einer kompletten Benutzerverwaltung. Das Modul ist kostenlos, das kann man hier runterladen. In diesen Videos werde ich eine Einführung machen, wie es funktioniert, sodass man die Implementation selber sehr viel einfacher und schneller machen kann. Das Modul wurde strukturiert im Sinne eines FileMaker Moduls. Das ist eine bestimmte Art der Strukturierung von einer FileMaker Applikation. Weitere Informationen erhalten Sie auf modularfilemaker.org und in der Dokumentation, wie hier auf Englisch, liest man in einer kleinen Seite, wie das genau funktioniert. Es ist ganz einfach, man muss wirklich nur diese Seite durchlesen und dann hat man eigentlich alle wichtigen Punkte verstanden. Und ähnlich wie es hier beschrieben ist, ist auch dieses Modul aufgebaut. Entwickelt man eine FileMaker Lösung, dann ist es sehr häufig so, dass mehrere Personen auf die Daten zugreifen müssen und da bietet sich schon sehr schnell an, dass man da für jeden Benutzer einen eigenen Zugang erschafft. Also deswegen wird man irgendwie auf ein Login-Screen geführt. Da kann man etwas eingeben, zum Beispiel hier die Standardangaben und dann kann ich mich da einloggen. Und dann bin ich jetzt hier in der Software selbst. Also ein Login-Screen, ein Zugang, der persönlich vergeben wird, das sind die Aufgaben einer Benutzerverwaltung. Ich bin jetzt wieder auf der Startseite und ich bemerke, dass oben am Bildschirmrand nur ganz wenige Menüs zur Verfügung stehen. Das wurde bewusst so eingerichtet. Es geht ja um Sicherheitseinstellungen und Zugriffsrechte und auf dem Login-Screen habe ich da sehr begrenzte Zugriffsrechte. Das heißt, wenn ich diese Datei nutzen möchte, muss ich mir zuerst einen Entwicklerzugang geben. Das finde ich hier in der rechten Spalte beschrieben. Hier kann ich mit Name, Developer und dem Passwort Pingpong kann ich mir Zugriff verschaffen aus Entwicklern. Das mache ich jetzt gleich und klicke hier auf Re-Login. Developer und Pingpong. So, jetzt bin ich drin und ich sehe sofort, dass ich hier oben jetzt eine weitere Menüleiste habe und dass hier ganz oben eine ganze Reihe mit verschiedenen Dropdown-Menüs zur Verfügung stehen. Das ist, weil der aktuelle Account, das aktuelle Konto jetzt Developer heißt und ich habe da vollen Zugriff. Also hier unten wird eingeblendet, was es jetzt aktuell braucht und ich kann das jetzt in FileMaker selbst kurz erwähnen. Das ist hier im Menü Datei oder Ablage unter Manage oder Verwalten, die Einstellung Security oder Sicherheitseinstellungen. Da muss ich mich wieder anmelden und dann erhalte ich das Fenster, worin die verschiedenen FileMaker-Konten von FileMaker dargestellt werden. Jetzt kann man da natürlich ein Konto von Hand anlegen. In der vorgestellten Lösung, die wir jetzt betrachten miteinander, da geht es darum, dass man eine Lösung programmiert, also mit einer normalen FileMaker-Oberfläche als Datei, worin man diese Konten erzeugen, löschen, ändern kann. Es geht also darum, einen einfacheren Zugriff auf diese FileMaker-eigene Funktionen zu erhalten. Wie das geht, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wir sehen uns im nächsten Video an.